Hallo? Ja, hier ist Kommissar Leuschner, Berlin. Sie sind's. Ja, wie ist denn das Wetter bei euch? Ha? Berlin auch gut. Ja, 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 ich weiß, das ist nicht ihr Ressort. Seine Frau ist tot, ja, richtig. Ja, Unfall, das wissen wir alles. Ja. Ein Vermögen? Sie hat ihm ein Vermögen hinterlassen. Wann? Äh, wann war das? Sagten Sie drei? Vor drei Jahren. Ah. Sieh mal eine an. Da hat er aber Glück gehabt. Nein, 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 nein. Nein, das war nur so eine Wegensart. Aber Schimanski, man wird doch wohl mal einen Witz machen. Nicht am Sonntagvormittag, ja. Da haben Sie recht. Ja. Ja, und besten Dank auch. Sieh mich auf. Ende. Ich finde den Schimanski super. Ah ja? Und mich, wie findest du mich? Also, wenn Bühle auftaucht, der Lorenzen, der Lorenzen ist zum zweiten Mal Witwer. Beim ersten Mal hat er eine hübsche Erbschaft gemacht. Nicht vergessen, ich muss jetzt gehen. Ach so, und sag ihm, die Frau ist eines ganz natürlichen Todes gestorben. Autounfall. Jawohl, Herr Deutsche. Eine Hübschen, die war das im Bericht. Ich bin Katzen mit einer Hübschen. Ich bin Katzen. Ich bin Katzen mit einer Hübschen. Vielen Dank.